Hallo, wir machen weiter mit einer neuen Folge, und zwar meine ... Wo geht's? Wo geht's? Wir haben vorgenommen, in dieser Runde ein paar Sachen zu befreien. Und zwar das Campus-Viertel. Ich habe das schon mal versucht, dann hat es mich gekillt. Die ist jetzt natürlich weg. Zum Beispiel hier. Sicher noch einen. Ui, da hat's! Der ist immer wieder da, der Typ. Wenn es der Boss ist, kommt immer wieder von neuem. Komm zu mir, komm! Also Propagandastation holen wir jetzt. Ausgelöscht, sag ich! In Zukunft überlegen wir sich zweimal. Aha. Der ist etwa schon viermal da gewesen, der gleiche Typ. Irgendwo da ist doch noch eine Kiste gewesen. Oder da nicht. Ah, Territoriumskontrolle. Cool. Jetzt schauen wir mal schnell an. Schauen wir das. Ob es wichtig ist, einen guten Punkt zu finden. Die sind nicht mit ihren gefernsteuerten Kerlchen gekommen. Das ist mittlerweile so das Haupt-Ding. Die sind nicht mit ihr. Die sind mit ihr. Die sind mit ihr. Ui. Die sind mit ihr. Die sind mit ihr. Ui. Mama. Die Brünne. Ich bin eigentlich ganz schlecht dran hier. Die werden immer heftiger. Schlimmer kommt erst noch. Zeig dir doch mal. Zum Glück habe ich eine Mod an Rüstung, die mir hilft, dass das automatisch heilen und repariert. Hier kommen noch Leute. Unsere eigenen. Das muss es sein. Jetzt können wir sie. Er gibt natürlich genau dann, wenn ich schieße. Ui, aber der hat sich... Ah, das war ein Sprengstoffattemtäter. Ein Muslim oder so. Ein Lagbar ist das. Den verwirklichen nicht. Er kämpft gegen... ... gegen meine noch schlecht ausgerüsteten Sammlern. Ich muss unbedingt die Verbesserung für die Sammlermacher machen. Das kennen wir ja. Das sind irgendwo an diesen Jungs beschäftigt von mir. Keine Bedrohung. Da ist ja eine. Yes. Vorräte entdeckt. Gegner bewacht ein Ort in der Nähe. Ich sehe keine mehr. Zugangsschlüssel entdeckt. Ja. Ja. Natürlich hat er das zuvorderst vorne. Ich sehe nicht mehr. Sie sind aber besser bewaffnet schon mittlerweile. Das ist schon ein grosser Fortschritt. Sie laufen nicht mehr nur die Pistole rum. Aber da kommt es. Jetzt kommt es wieder. Nimmst es wieder. Merci. Das muss sein. Jetzt noch etwas Gelbes. Es sollte wahrscheinlich wieder in die Dark Zone gehen. Schauen wir mal, was es hier hergibt. So, das ist erledigt. Es ist komisch, dass im Lager keine kurze Sequenz mehr bekommen, die mir gezeigt wird, was verbessert wurde. Man sieht, dass sich im Lager herumläuft, dass sich auf der Uni einiges verändert hat. Aber sonst ist dir immer noch explizit gezeigt worden, was genau und warum und so. Hier anstoffen, plündern. Zivilist in Not. Zivilist in Not. Ich komme darauf zurück. Äh, wenn ich weiss, wie ich hier hineinkomme. Zivilist in Not. 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 Zivilist in Not, bist du nicht daran verschwindet. Ähm, ich glaube, da drinnen sind sogar Leute. Vorrät in der Nähe. Das zeigt mir da Gegner an, aber ich weiss nicht. Lass mich heulen. Sicher hier. Ich bin in der Wouverwelle Ecke. Aber ich bin hier so schnell. Und ich bin lieber hier. Ich bin hier so schnell. Ich bin hier so schnell, einmal in der Wouverwelle, schnell zu dem Tiefel der Wouverwelle. Ich bin hier so schnell. Ich bin hier noch nicht mehr. um das grüne Gift zu erschaffen und ich habe wieder den Czernenko, der weiß nicht, wenn ihn benutzt, also jagt mich, wenn ihr euch traut, aber denkt daran, dass ihr zu nahe kommt, keine Versprechen, aber meine Freiheit ist mir mehr wert als euer Leben. Nahrungsvorräte entdeckt. Vorräte entdeckt. Oh, ich danke dir alles mit. Oh, ein gelber Rucksack. So, nehmen wir. Aber denkt daran, was passiert, wenn ihr mir zu nahe kommt. Ich muss zuerst... ...aber meine Freiheit ist mir mehr wert als euer Leben. Die Mod aus dem Angerhausen, ja? Das ist ja geil. Was? Warum habe ich da keinen Mod, der reingepasst? Das ist ja schade. Was ist denn da... ...falsch? Das geht wirklich nicht. Leer. Ich hoffe, ich habe nicht im Rucksack das Repariertool, aber ich denke nicht. Das ist ja ganz schön. Ich habe eine violette Pistole. Endlich! Es ist ewig her. Ja, ja, die nehmen wir. Ich habe keine Zieloptik für das. Muss ich das noch aufspielen? Ich kann mal hier versuchen, Plätze zu lösen. Es kann sein, dass ich noch für dieses Gerät kenne. Ja, in dem Fall. Rationen in der Nähe. Bringen wir auch noch her. Vorräte in der Nähe. Die verbessern wir auch noch. Die hat ja fast übersehen. Übersehen so leichte Sachen, weil du so viele Details im Bild hast. Kontrollpunkt ist gefährlich. Ich hole zuerst den. Es gibt auf jeden Fall auch wieder eine Verbesserung im Lager, wenn ich das erledigt will für mich. Ohne. Ohne. Hochgeschwindigkeit. Hochgeschwindigkeit. Für diese Zieloptik muss ich auf die Pistole das freischalten. Ich kann das nächste Mal in das weisse Haus gehen. Jetzt habe ich auch nicht so geschaut. Manchmal könnte man bei den Fenstern noch reinklettern. So, dass man gut schauen sollte. So, ähm. Fallschirmen mit Kästen dran. So hinten wie hier. Da oben ist übrigens etwas auf dem Dach. Das ist die Siedlung. Nahrungsvorräte entdeckt. Da kann man irgendwie noch auf das Dach kuchen. So. 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 sehr gut mit All-Matic-Packs Ich habe schon schauen, was das hier ist. Eine Kohlefaser, eine Tote. Was die Zeuge nicht brauchen kann. Ich bin nächstens schon Level 23. Einmal eine Pistole, die aktuell im Level 14 ist. Ich bin wieder ringsum, Gegner. Wenn du den Kopf hattest. Wenigstens reagiert er einmal. Skelette, die du findest, reagieren meistens nicht darauf. Kopfgeld, Mission. Wir nehmen es einmal an, was wir machen, ist die Frage. Ich laufe da per Zufall rein. Da haben wir gegenwehr irgendwelche Akte. Bleib mir bloß vom Leib! Verbündeter Nachschutz, Feuerkarte. Oh, sorry, die hat es verletzt dabei. Die Pistole ist stärker geworden, das merkst du. Was von mir? Macht deutlich mehr Schade. Da war ich so. Trinkwasser entdeckt. Da wird hier noch irgendwie... Gutes... Sein für mich. Wäre er unsere Zielübungen gemacht oder eben? Er ist ein Typ. Nicht Zeittag. Wo ist das? Wo hört man dich? Hier kommt man rein. Das schauen wir nachher. Elektronische Schüssel erkält. Ich komme jetzt hier rein. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Wo ist das Telefon? Hier oben sicher. Ich werde nicht sagen, dass die Dinge gut stehen. Denn das tun sie nicht. Aber es ist schon besser als vorher. Dirk Kendall hat die medizinische Seite im Griff, was gut ist. Und Rose hat alle Hände voll zu tun mit dem irren Kram, den er mit den Systemen anstellt. Scheiss, wir haben von violets wechseln auf blau. Oh. Die testen mit der Oma. Aber zum ersten Mal seit langem glaube ich, dass wir eine Chance haben. Oh. 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 Beleiten muss ich dann die Gelbe unter neon angeln. Die Highend Waffe, weil es mich eher entsperrt mehr ist. Ich könnte hier raus, aber wir wollen ja... Na, da ist immer noch was wie das noch was NEGEN zu nehmen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe Schauen wir mal was das kann sein Wenn ich da hochgehe Ich sehe es selber Jetzt hat er es aber nicht abgespielt So, langsam wird es sicherer hier Hier schon wieder so eine Gebietskontrolle Die holen wir auch noch weg Bei irgendeinem Kontrollpunkt spezifisch Sollte ich Mittel bringen Rohstoffe Aber ich finde auch nicht was man beschreibt Ich habe das Gefühl der kommt erst noch Ui, da haben wir doch die Kollegen Sind die da hinter unserem Kontrollpunkt her Oder ist das schon die... Ah, das ist schon die Gebietskontrolle Yeah Schaden Ja Eine Arme, eine Kopf Hält dich still Das ist erst 200 Meter weg Ich bin noch nicht da Die Heisse Verwündeter Kontrollpunkt entdeckt Verwündeter Kontrollpunkt entdeckt Die Gegend ist noch gefährlich Bis jetzt Das Territorium Das Terrarium Das ist ein Das ist ein Das ist ein Schau, schau jetzt. Hier ist ein gelber. Es war klar, es ist jetzt zu warten, bis die anderen kommen. Bevor sie alle kommen. So eine Spätze. Die gelben sind mir sehr gefährlich. Eine Güte! Passiert am Eck! Bei drei! Drei! Können sie auch nicht hoch? Das darf nicht wahr sein. Böse Wunde! Was? Jetzt kommen sie von hinten auch noch. Sieht auf jemand anderes, okay? Ich muss auf dieser Seite eine gescheitere Deckung haben, als er ist. Ich bin nicht hochgeschirrt. Ich bin nicht hochgeschirrt. Ich bin nicht hochgeschirrt. Ich bin noch ein Wunder. Ich bin noch nicht so ausgeschirrt. Ich bin noch nicht ein Wunder. Ui! Ein Wunder. Er wartet bis ich auf andere Zeile mache. Und zack ist er da. Nein! Oho! Was machen? Schnell weg! Schnell weg! Und Deckung! Deckung! Ja! Wir sind Deckung! Jetzt ist es wieder gut! Und da kommt er rein! Der Toastlinge! Was ist hier ein Heidergangs? Sprengteile! Jetzt mache ich es noch für Ambo! Ja! 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 Der Toastlinge! Ja! Wir schaffen es nicht! Ja! Ich zeige dir mal! Ja! 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 Hier könnte ich rauf, bis ich es so schnell rauf Oh, ich kann das noch nicht Ich kann das noch nicht Das heisst, wir zerlegen etwas Die grünen Mods verkaufen, die nehmen enorm viel Platz weg Das zerlegen wir Etwas grünes hei Das ist jetzt gar noch stark Ich kann den grünen, ob ich es gar nicht mehr Ich kann den grünen, ob ich es gar nicht mehr Standardausrüstung habe ich gar nicht mehr Blau ist die neue Standardausrüstung Der hat die Mods installiert Ich könnte es auch jetzt Vielleicht könnte ich diese Mods installieren Vielleicht könnte ich diese Mods installieren Das kann man auch immer brauchen Vorräte in der Nähe Sonst hätte ich das besser Scharfschützengewehr jetzt Ein Sieg, oder? Das ist nichts So, noch Scheiss Hier bekomme ich gerade drei Geheisse Das ist fast dasselbe Schlecher. Schlecher. Oih! Ja, die nehmen wir gerne. Ich möchte sie nicht wechseln. Wir werden es nicht mehr, um sie zu wechseln. Ja, das ist echt Standard, genau so. Jetzt hatten wir viele gute Sachen. Hier haben wir alles. Sehr schön, die sind vernechtet. Es sind noch die zwei unten. Fragenzeichen und das noch. Vorräte in der Nähe. Ein komischer Bus. Sind sie denn mit dem gemacht? Was sollen wir denn jetzt machen? Recht sprechen. Wie? Unermüdlich und ohne Gnade. Wir waren Opfer, aber wir müssen nicht Opfer bleiben. Du kannst sagen, was du willst, aber das heißt nicht, dass wir irgendwas daran ändern können. Unsere Feinde sind auf der anderen Seite dieses Flusses. Sie haben uns unseren Familien geübt. Sie haben uns eingesperrt, ausgehungert, entmündigt, misshandelt und ermordet. Doch es sind nicht nur die, sondern auch die, die die Befehle gaben. Die das alles hier für eine akzeptable Lösung hielten. Und diejenigen, all diejenigen, die Zusagen und das Geschehen liessen. Was ist hier los? Ich will die richtigen ... Ich will trainieren. Es hat verurteilt, ich sei sie anverlusten. Haben wir auch noch nicht getan. Feindlicher Kontrollpunkt, wo sie entdeckt. Was muss ich jetzt machen? Los! Oh, da ist noch eine. Oh, da ist noch eine. Aber auch die Spiele guckst, ja. Guck mal, da ist noch ein Problem, der Jeffrey. Gut mal, das, glaube ich. Gut gemacht, der Jeffrey. Super! Gut gemacht, der Jeffrey. Super! Super! So. Dann gleich nochmal. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Das ist jetzt schief gegangen. Jetzt bin ich schnell. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Schon wieder voll. Ich muss unbedingt mein Ding entschlacken, mein Zeugchen verkaufen. Der Stamm sollte etwas offener sein. Wollen Sie Ihr Wissen mit uns teilen? Der Wahnsinn! So wird das gemacht. Glückwunsch! Das war gut geschossen! Ja! Woll! Wow! Wie viel Raum muss ich da schaffen? Wow! Der Wahnsinn! Noch ein Versuch kann nicht schaden. Noch mal! Nein! Vergiss es! Das hat sonst nichts gebracht. Dass es wirklich alle hier unten ist. Schimpfest du so? Aber das werde ich noch geben. Da kann ich auch nicht aufmachen. So. Erst die Leifung strübst. Nein, 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 falsch gelaufen. Verfältete nicht. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Stringmalki, Inventarverkauf, ich bin wirklich übervoll. Wachstum года bis an die Abiturmusik durch als Setzeltes, in der Strixzykodinnen und Abschiede, in der Schildkröte die Abiturmusik, und dann noch die Abiturmusik hatte, erst in der Schildkröte schüttetner. Ich bin wirklich auf eine Abiturmusik hatte, denn die Abiturmusik, das war ganz schön, wenn man sich das nicht um. Abiturmusik hat man sich, Ents sind viele Abitur스가 Es hat auf jeden Fall wieder einen Auftrag abgeschlossen. Das ist wieder hier. Ein guter Fortschritt kann so sein. Hier ist der Rest weiss ich. Das hat wahrscheinlich schon abgeschlossen. Komisch. Hier vorne läuft ich schon wieder. Ist das Downtown West hier? Das heisst, ich muss hier. Nachschub liefern. Oh, das ist der Transport. Das ist perfekt. Halten wir auf die Jungs. Das ist perfekt. Halten wir auf die Jungs. Die Jungs, scheisse Feuer. Die Tür. Jetzt verbrennt natürlich auch das Paket. Ah, nein. Kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Ich bin wirklich übervoll. Wir liefern mal diesen Aussenposten. Ein paar Materialien. Das kann ich nicht mehr brauchen. Nicht genug. Davon ist schon wieder einer. Das ist schon wieder alles voll hier. Die Tür ist ständig da. Das tut ich ständig da. Die Tür riefen. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Das ist wieder eine volle Gebietsübernahme. Das ist wieder eine volle Gebietsübernahme. Damit das ruhig richtig so ist. Scheisse. Oh, ich werde von hinten gesnackt. Scheisse. Scheisse.